Musik So wir sind big, kölle, Karriere heute geht's ran, gegen Gladbach, gegen den ersten Platz, erster gegen zweiter, ja, wir haben zwei Wechsel getätigt, Hübers kriegt heute eine Pause, dafür Soldo rein und Painstil auch erstmal auf der Bank, wegen Fitness, dafür Thiemann rein, ansonsten Topaufstellung, Pacarada hat auch noch Fitnessprobleme, dafür wollte ich eigentlich Fingreve einwechseln, aber der hat ebenso Fitnessprobleme, deswegen erstmal Pacarada und dann, denke ich, werden wir zur Halbzeit Fingreve einwechseln und direkt 1-0 für Gladbach, äh, ja, das hab ich mir schon gedacht, dass es nicht einfach wird hier, gegen den ersten Platz, wie gesagt, sehr schwitzig, Pacarada, kommt gut durch, Reasons, ah, das war zu weit vorgelegt, oh mein Gott, Reasons, ah, zu viel geflaxt, zu viel geflaxt, Pacarada sehr stark, Kainz läuft hier, Selke läuft hier, Selke da, und Romlin, Romlin hält den Schuss hier, sicher, Oh, ich wollte gerade sagen, mit einem Unentschieden wäre ich sehr zufrieden heute, Puh, direkt hier, das 1-1 gemacht, knapp 6 Minuten später, schmeckt, Mordel, Soldo, Grum, stark, Reasons, Seitenwechsel, oh, perfekt, ja, das ist eine Pässe, ne, oh, die sind einfach zu gut, Jujicic, starke Macht, schön rausgekommen, Thielmann unten jetzt mal Abfahrt, oder auch keine Abfahrt, ne, mit dem kannst du einfach nicht mehr pushen, Komm schon jetzt ne gute Flanke, ja, naja, Schmitz, Jetzt mal auf Selke kommen, Ey, wirklich, Ich geb dem immer so viele Chancen, aber, Wieso ist der so scheiße in FIFA, Mann? Jeder Schwanz kann hier besser passen, Flanken und Schießen Das war gerade übrigens halt wieder ne Flanke, und es sieht einfach aus wie so n Scheiß Schuss einfach, ich rall's nicht, warum der so kacke ist Hätte ich vielleicht nochmal einen Schritt gehen sollen, aber ich dachte, er nimmt den Fall rückziehermäßig Oh, Packerado, auf die Ecke hab ich jetzt richtig Bock Oh, ach du Scheiße, hab ich Bock auf die Ecke Zack So, so gefällt's mir noch, schön vor der Halbzeit nochmal das Spiel gedreht Es läuft einfach, es läuft einfach im Moment Aber, wir kassieren halt in jedem Spiel Minimum noch ein Tor immer Ich brauch auch mein Ding zu Null hier irgendwie Nein, ich hab mich verdrückt Diesmal war's nicht deren Schuld, ich hab so am Stick gedreht Und er hat mich verdreht Ich hab mich absolut nicht verdreht, es war alles geplant Boah, wie der runter kam noch, der ging erst so richtig hoch Also wenn wir hier gewinnen, sind wir einfach Platz 1, ey Wie geil wär das Das ganze Team fühlt sich einfach nur geil an Bis auf Tiermann halt wieder, der kackt wieder richtig rein Jetzt müssen wir nochmal aufpassen Schon wieder 2 Tore, man, wir kassieren immer so viele Tore Das kriegen wir nicht in den Griff Am Ende der Saison sind wir dann irgendwie Erster oder so Aber trotzdem mit der schlechtesten Abwehr, weil wir absolut so viele Tore kassieren Erster Platz mit Tordifferenz plus 2, 3 oder so Uh, nächstes Game gegen Leverkusen Das, äh, das wird schwitzig Das war ja mit einer der anstrengendsten Gegner, die wir Jemals hatten Oh, letztes FIFA schon Haben wir, glaube ich, 10 zu 2 verloren oder so Aber egal, wir sind richtig Wir sind da Also wenn wir sogar Gladbach jetzt besiegen Die auch immer sehr gut gegen uns waren Dann schaffen wir auch Leverkusen Oh, was war das schon wieder für ein göttlicher Pass, ey Richtig schöner Seitenwechsel Und Tiermann verkackt jetzt dann mal wieder Könnte ein Tor werden Ey, man weiß es einfach Man weiß es einfach Adam hier nochmal rein Man weiß einfach, dass ein Tor fällt Das ist so krank So, wir wechseln jetzt nochmal Painstill, Hussein Barsic und Downs ein Für Selke Jubicic Und Tiermann Ja, unser Downs maybe hier, äh, kann sich zur Legende machen, wenn Downs hier jetzt noch ein Tor schießt Painstill Komm nochmal hier überrennen Nochmal überrennen Ah, Damian, nee Nee, nee, nee Jetzt Timetisch ein Es ist wirklich Downs Es ist wirklich Downs Es ist Downs Es ist wirklich Downs Puh, ein Gladbach gefickt, Junge Derby-Sieger, come on Wie sie da liegen Wie sie da liegen Oh, yes Aber wie Wie sie da auch schon wieder gekämpft hat, ey Und zum ersten Mal Lässt Downs hier Wichtigen Schuss ab Also Der kam auch noch gut an Und das ist sehr gut Aber Downs schießt der sonst eigentlich auch wie ein Stück Scheiße Damit nehmen wir die Tabellenführung Wir haben noch gar keine Niederlage Fünf Siege, ein Unentschieden, Mann Also wenn wir dieses Jahr die Champions League nicht erreichen, dann weiß ich auch nicht Von mir aus werden, brauchen wir nicht mal Erster werden Aber Champions League Platz muss drin sein Wir müssen Top 4 kommen Nächstes Mal gegen Leverkusen und die sind auf 9 Oha Aber das heißt gar nichts Gegen Tore haben wir schon wieder 14, ey Leckt mich doch am Arsch Äh, ja Nächstes Mal Leverkusen Ich hab richtig Bock Team ist einfach nur geil Selke macht wieder Doppelpack Das heißt wieder plus 2 auf seine Torschützenjägerliste da Nächstes Mal gegen Leverkusen Ich hab Bock Tschüss